Liebe Zuschauer, Weihnachtshopping bei Sweet Home. Dieser Laden hier in der Dankbadstraße ist ja eigentlich ein einziges Geschenk. Ich bin mal gespannt, was Kathleen Hirlemann sich einfallen lassen hat, was sie für Geschenketipps hat und was es zu gewinnen gibt. Ich bin jetzt drin verabredet, aber vorher muss ich noch an diesem Elch hier vorbei. Liebe Zuschauer, wir fühlen uns jetzt einfach alle mal wie zu Hause, denn wir sind jetzt hier bei Sweet Home und hier bei mir ist Kathleen Hirlemann. Hallo. Hallo. Kathleen, Sweet Home. Ihr seid quasi ein Geschenkeladen. Das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht anfangen, Großgeschenke vorzustellen, weil alles ist hier irgendwie ein Geschenk. Und ich möchte auch mal wissen, wie lange seid ihr schon hier in Wismar mit dem Laden? Was gab es für Veränderungen? Also uns gibt es schon neun Jahre. Einen kleinen Laden haben wir noch in der Krämerstraße und in diesem Jahr ist dazugekommen am Alten Hafen im Schifferhus. Da haben wir noch einen kleinen niedlichen Laden. Ah, okay. Ah, das ist euer Laden auch. Okay, also Dankwartstraße, Krämerstraße und unten am Alten Hafen. Genau. Wie schön. Jetzt möchte ich natürlich wissen, wie kommt man denn auf die Idee, so einen Wohnaccessoiresladen aufzubauen? Also ich hatte immer schon ein Faible für Dekoration, habe viel gebastelt. Ja. Und dann sind wir so mal umhergefahren in anderen Städten, auf Messen, haben geguckt, was die Konkurrenz so macht und was in Wismar eben fehlt. Und zur damaligen Zeit hat sowas hier noch gefehlt. Ja, war es genau so ein Laden. Und Sweet Home? Wer hat dir die Idee zum Namen? Hatte meinen Freund, der hat ihn ausgesucht und das hatte gleich irgendwie gepasst und haben ihn genommen. Ja. Okay, wie schön. Und genau, also wenn man sich hier mal umguckt, also ihr habt von bis hier alles. Was habt ihr alles so im Sortiment? Also es geht los bei Geburtstagsartikeln, Hochzeitsartikeln. Zu jeder Jahreszeit natürlich entsprechend, wie man sieht, Weihnachten. Wir haben natürlich auch eine Feinkostecke, wo man kleine Geschenke, Dips, Liköre, Öle und Essig. Also eigentlich für jedermann was. Alles dann das ganze Jahr über, also nicht nur zu Weihnachten. Genau. Genau. So, da es jetzt diese Geschenketipps in der Form nicht gibt, wie Sie sie kennen, liebe Zuschauer, haben wir trotzdem mal was Spezielles vorbereitet. War ich auch sehr überrascht. Und zwar gibt es hier noch einen zweiten Weihnachtsengel. Und zwar ist das Lucille. Hallo. Hallo. Und du bringst uns schon mal einen Gewinn, liebe Zuschauer. Jetzt aufpassen. Jetzt gibt es was zu gewinnen. Darf ich dir das mal abdrehen? Und du musst dich aber erst noch einmal drehen für die Kamera. Du siehst so süß aus. Unser zweiter Weihnachtsengel Lucille. Gut, was haben wir denn hier zum Verlosen? Einen beleuchteten Weihnachtsstern. Kann man nämlich überall ins Fenster, je nachdem, wo man möchte, hängen. Okay, wie schön. Gut, es gibt noch etwas zu gewinnen. Lucille, holst du den zweiten Preis? Genau, was haben wir jetzt hier? Einen leckeren Bratapfellikör mit Knusperkissen aus unserer, wie gesagt, Feinkostecke. Ja, darf ich dir das auch mal abnehmen? Das ist schwer. Das ist ein bisschen schwer, ne? Okay, und mit so einer süßen Figur noch dazu. Dann haben wir auch noch einen dritten Gewinn, liebe Zuschauer. Es ist der Wahnsinn. Und das ist? Eine Ballonverpackung im Wert von 20 Euro. Aha, das muss ich mir nochmal angucken. Wie sieht das aus? Eine Ballonverpackung? Unser Weihnachtsengel bringt das nochmal hier nach vorne, genau? Genau, das ist zum Beispiel jetzt eine für die Hochzeit. Dann kann man Geldgutscheine einverpacken lassen. Das Geld wird gefaltet. Und wenn man das dann platzen lässt, dann gibt es eine schöne Sauerei, weil da flittern und alles drin ist. Ach, das lässt man platzen? Genau. Okay, gut. Also ein Geschenk im Geschenk, was dann irgendwann mal knallt. Sehr schön. Also, liebe Zuschauer, es gibt drei Gewinne für Sie. Also die Chancen zu gewinnen stehen wirklich nicht schlecht. Und Sie müssen uns natürlich eine Quizfrage beantworten. Und zwar heißt die, wie heißt denn unser zweiter Weihnachtsengel? Ja, wir haben es gesagt. Also, wenn Sie gut aufgepasst haben, wissen Sie das. Ich sage schon mal vielen Dank. Wir danken auch. Wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Es gibt so viele schöne Geschenke. Liebe Zuschauer, wir shoppen dann noch ein bisschen weiter. Und unser Weihnachtsengel hier, du wünschst auch nochmal allen frohe Weihnachten, oder?